Ja, ich denke, dass der Mensch ist auf dem Weg dazu, die Welt gänzlich zu entmystifizieren und alles, was sich nicht in Nullen und Einsen festhalten lässt, ist nicht existent. Man muss alle Phänomene bis ganz zum Ende erklären können, damit sie wirklich existieren. Obwohl man manchmal gewisse Phänomene total klar und deutlich fühlt, solange sie nicht festgehalten werden auf Papier, sind sie nicht existent für viele Menschen. Und deswegen, ja, auch für die Leute hilft es, wenn man etwas hat, das man in die Finger nehmen kann. Eine Partitur zum Beispiel.